Ja? Fortnite Season 6, äh, Return. Ja, können wir machen. Riddle? Riddle Row. Riddle? Riddle. Riddle diddle diddle. Riddle, nicht Liddle. Achso, Entschuldigung. Nicht im Hintergrund, da hat jemand sehr gute Laune. Ja. Ach nee, da spielt jemand, Tuba? Trompete, ja, mein Bruder. Ach, Trompete, okay. Ja. Er geht, glaube ich, gerade ab. Ja, er gönnt sich. Groovy. Äh, ich glaube, da gehen einige hin. Ich habe so rechts neben mir, glaube, so sechs oder sieben Gleiter gehört. Ja, ich dachte mir auch gar nicht. Nicht langweilig, glaube ich. Ich glaube, da komme ich mit meiner Taktik doch nicht so weit. Oh, meine Frau hat sich verabschiedet. Und ist schon wieder hier. Willkommen zurück. Danke, Papa. Die Terminator. Ich komme zurück. I'll be back. So. Gleich mal Stress machen, würde ich sagen. Sowieso, aber mit nichts ist halt gar nichts. Nein, nicht Stress machen. Aus. Pfui. Ich bin schon wieder. Genau das ist der Grund, warum ich immer sterbe. Ich geh jetzt einfach mal in die Gegner rein und wink mal. Ich bräuchte noch eine gute Waffe. Auf welcher Brüche. Hier, 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 hier. Wir sind auf keinem deutschen Horst. Keinem deutschen was? Kein deutscher Horst. Ja. Ja. Weil es ruckelt ganz schön. Bei mir geht's eigentlich nur schon. Äh, da sind drei Mann vor uns. Ja. Ja. Mal gucken. Oh ja, die geben sich gerade schön. Ich sehe ihn oben auf dem Dach da. Ja. Komm mal rein zurück. Let's go. Ich probiere gerade irgendwie ein bisschen aufs Dach zu kommen. Ich probiere gerade irgendwie ein bisschen aufs Dach zu kommen. Ja. 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 Da hast du ihn gefunden. Ich werde gepusht. Ali, ich komme aufs Dach zudr Auf die Straße irgendwo. Direkt vor dem Haus muss er sein. Direkt vor dem Haus oder um Haus rum. Ich sehe ihn nicht, aber ... Ah, hier. Ich sehe ihn im Käfig drinnen. Da liegt dort auch nix. Wo? Ah. Da hüpft er doch�도innig. zwei gute ins haus rein was war das haschen festung hinter uns hier bei mir im haus ja ich komme vor mir so dass es flatterballer doch uns ja 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 das kann man dann immer sagen ich höre noch steps links was links ja in dem haus oder was so bei südosten ich glaube da ist immer noch hier in dem haus kann das sein ja lass mal vorbeigucken bei dem in der mitte von retail jetzt ab in der mitte von retail zwei leute helfen sich darauf wer stellt ab nach vorne nach links nach links wieso push ich jetzt noch mal der hat noch mal einen hit da mal einer gedockt der weg der andere wie dein bruder ab geht auf der trompete erkennt gerade ja keinen schluss und ende schatz wird schon klein ja es ist die doppelläufiger hin in meinem inventar ja ich weiß nicht eigentlich immer in der zone aber wir könnten mal richtung sollte gehen ja was machen hier habe ich jetzt bis auf die doppelläufige ist keine gute aus riss auf süden die impulskanal riss in süden aufpassen die sind da irgendwo losgegangen ja irgendwas fliegt über mir das platter hinter hinter dir hinter dir das ist links von dir links und hier kommt noch einer gepusht links von dir kommt noch einer gepusht pass auf was geht denn bei ihm links und hier ist auch was vorsicht ja und im osten sondern einer doch mal ein hit ja links von uns auf der straße ja okay der ende läuft weiter ich habe nur 60 schuss und was mittlere für die arme weil ich gebe dir was was machen die denn jetzt ich weiß es nicht aber wir müssen in die richtung gehen nach links die gehen nach links pass auf rechts ist auch noch einer hatte pass auf der zweite links wieder der ist auf dem dach 2 der eine hat nichts mehr kommt zu dir rüber ich werde von granaten abgeballert ich bin fast da und einer nach oben auf dem dach 2 Dach doch wohl ist geraubt denn dafür werd ich weg gesnackt hier ja wir sollten ja ich benutze das medikett ja hast damit noch besser wie weit ist die zone und es geht die müssen ist nämlich oder nimmst du weg da ist nur einer dem pfeife ich mir aber schnell rein und dann dafür den granatwerfen ich habe noch schlecht ich habe jetzt ein radwerfer wo bist du ja ich glaube einfach ist egal die defensiv tag die bringt jetzt lebt ich noch du lebst noch leben noch neun also es könnten 22 vierteams eine einzelne hier ist ein chest und die gönne ich mir jawohl die runde musste sowieso was werden weil ich muss da kurz weg kumpel kommt dann ich habe auch ein jump pad okay wir sind in der zone vor junge wurde da gebaut dreh dich ordentlich soll man am rand bleiben oder soll man rein ich würde lieber im rand bleiben aber ja oder sind wir noch welche du hast ein sniper ja brauchst du sniper moni habe ich mehr als genügend danke wir fliegen mit riss alle gleich wieder runter was machen wir doch mal nach vorne gehen ich habe irgendwie das gefühl ich glaube das ist das letzte team davon kann da sein bern macht wo sind nur noch vier gegner ja wo hast du leute gesehen wo er uns im besten ja dann haben wir es vielleicht einfacher wenn wir zone haben und die müssen in die zone kommen ich sehe ein mit ritter und da fliegt einer ich sehen wenn er mich nicht seht kann ich da sind zwei da kommt zu mir da hatte ich glaube ich gesehen in dem jump pad ja einer ist schon bei mir nein er hat mich finish mich nicht du penner nein ordentlich passiert ja genau platz zweiter schade ja gg boys ja wohl gut